Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Fahrt TV. Heute befinden wir uns in Eralesin auf dem Prüfgelände von Volkswagen. Nicht allzu oft kommen wir hierher und dürfen sogar filmen. Es geht um Fahrassistenzsysteme. Seit einigen Jahren bereichern sie den Straßenverkehr, machen ihn auch sicherer. Es kommen aber fast täglich neue Assistenzsysteme hinzu. Und diesen Umfang und die Funktionalität von neuen Assistenzsystemen kann man als Laie im normalen Straßenverkehr leider oftmals auch gar nicht feststellen. Und deswegen sind wir heute hier, um euch mal die neuesten Fahrassistenzsysteme und deren Funktionalität zu zeigen. Ich würde sagen, los geht's und safety first. Häufigste Ursache bei Unfällen mit Personenschäden sind so gut wie immer Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, gefolgt von ungenügendem Abstand und nicht beachtender Vorfahrt. Dass die Zahl der verunglückten Verkehrsteilnehmer in den letzten 50 Jahren stark abgenommen hat, liegt vor allem auch an den Bemühungen der Automobilhersteller, ihre Autos sicherer zu machen. Rangieren. Ja, auch da ist es gut, wenn man einen Assistenten an Bord hat. Dafür gibt es bei Volkswagen die Rangierbremsfunktion. Hierfür haben wir den ID.4 hier, der nämlich genau das beherrscht und nicht nur das. Wir haben noch jemanden da und zwar die Lin. Hi Lin. Was hast du uns da mitgebracht? Was schönes. Hallo. Ich habe uns hier einen Würfel mitgebracht, einen Schaumstoffwürfel mitgebracht, den wir ein bisschen verkleidet haben, damit wir jetzt gleich einmal die Funktion uns im Fahrzeug angucken können. Und ja, wir werden mal ein Park- und Rangierszenario nehmen und dort ein paar Bremsungen auf diesen Würfel machen. Das heißt, der Würfel kommt einmal hinter das Fahrzeug und vor das Fahrzeug und der erkennt das, der ID.4 und bremst automatisch? Genau. Wie funktioniert das genau? Also wenn der Kunde den Rückwärtsgang einlegt, dann wird die Funktion aktiv und erkennt über die Ultraschall-Sensoren ein Objekt hinterm Fahrzeug. Und wenn das groß genug ist, sprich also so eine Größe hat wie dieser Würfel, dann wird eine Notbremsung ausgelöst zum ja spätmöglichsten Zeitpunkt, um die Kollision zu vermindern oder eben auch im Idealfall zu vermeiden. Bis wieviel kmh? Bis 10 kmh. 10 kmh. Und kann das jedes Auto bei Volkswagen oder muss das Auto irgendwas Bestimmtes dafür schon besitzen von bergab? Alle Fahrzeuge ab Polo, die eine Einparkhilfe beinhalten, haben auch diese Funktion. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Das Ding positionieren wir erst mal hinten und dann steigen wir ein, oder? Soll ich dir helfen? Geht's? Gerne. Dann machen wir es zusammen. Sehr gut. Über die Parksensoren vorne und hinten wird das Umfeld erkannt und dadurch auch Hindernisse. Das Auto kann bis 10 kmh automatisch bremsen. Und das probieren wir jetzt erst mal aus. Rückwärts fahren. Mal schauen, ob es klappt. Ja, die Vollbremsung ist relativ heftig. Also da gibt es eine Nackenklatsche inklusive. Hat aber gut funktioniert. Der Würfel ist heil geblieben und das Auto auch. So muss das sein. So, wir probieren es nochmal. Nach vorne geht. Würfel erkennt er. Und jetzt haut er die Bremse rein. Und auch da bleibt der Würfel stehen. So wollen wir das haben. Sehr, sehr gut gemacht. Viele von euch werden es kennen. Ihr steht auf einem Supermarktparkplatz. Ihr wollt rückwärts rausfahren. Ihr könnt euch nicht so gut umschauen, weil neben euch große Autos stehen. Und dann ist es auch schon passiert. Dann seid ihr vielleicht sogar einem in die Seite reingefahren. Sowas möchte Volkswagen verhindern. Zum Beispiel mit dem Ausparkassistent. Auch eine clevere Geschichte, wie uns jetzt Markus erklären wird. Servus Markus. Schön, dass du da bist. Du warst ja auf jeden Fall mitverantwortlich für die Entwicklung des Ausparkassistenten. Erklär mal ganz kurz, was ist das genau? Worauf kommt es da an? Ja, und wie funktioniert es? Okay. Der Ausparkassistent ist ein radarbasiertes System mit Radaren im Heckbereich. Er erfasst das Umfeld des Fahrzeuges und erfasst, ob Fahrzeuge kritisch sind, dem Ausparkfolgen in die Quere kommen könnten. Und warnt den Kunden oder informiert erst, warnt dann den Kunden darüber, dass dort Querverkehr ist, den er vielleicht noch nicht gesehen hat. Und in letzter Konsequenz kann er auch eine Notbremsung verursachen, auf die man sich aber bitte nicht verlassen sollte. Wir erproben es nicht mit Fußgängern. Unser Ziel sind Radfahrer, Motorräder, Autos, also schnellerer Querverkehr, wo es dann zu Kollisionen kommen kann. Wir können nicht alle Parksituationen erproben und es könnte auch dann nur noch in Unfallmindernd sein und nicht Unfallverhindernd. Und bei minus 10 kmh wird die Funktion dann auch deaktiviert. Dann würde ich sagen, gucken wir es uns mal an, oder? Klar. Ich gebe mal das Go für unseren Fahrer, der jetzt von der Seite kommt. Okay, jetzt bin ich wieder wach. Darf ich kurz mal wieder, ich weiß nicht zum wievielten Mal heute, aber das hat gut funktioniert. Ich habe das auch gesagt, weil gerade wenn man hier so ein Van nebendran hat, sieht man halt nichts. Ganz genau. Also ich bin begeistert, auch das ist super. Wir kommen zum nächsten Assistenzsystem. Weiter geht's. Als nächstes ist der Emergency Assist dran und auch den gibt es in vielen neuen Volkswagen-Modellen, außer beim Polo, richtig? Richtig. Der Emergency Assist, wofür ist der denn eigentlich gedacht? Der Emergency Assist soll dir helfen, wenn du einen medizinischen Notfall hast oder in meinen Augen der wichtigere Fall, wenn du einen Sekundenschlaf hast zum Beispiel, dich zurückzuholen. Also er würde dich im Extremfall bis zum Stillstand führen und auch anhalten und das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Aber ich glaube, das Beste, was wir erreichen können, ist ein Fahrer, der eingeschlafen ist, durch Bremskruppeln zurückzuholen. Also ich schlafe jetzt mal, mitschnarchen oder ohne, ist egal. Ja, das kannst du dir auch sagen. So, das Lenkrad ist ja kapazitiv, ne? Genau. Okay, das erkennt jetzt, dass ich nicht mehr da bin. Vor allem die unterschiedlichen Straßenbedingungen, die uns so erwarten auf der ganzen Welt, sind halt das Spannende. Wir müssen gucken, dass es immer überall auf der ganzen Welt funktioniert, wo wir es auch anbieten. Und auch so ein Sonnenstand zum Beispiel kann da mit reinspielen. Und das gucken wir uns halt in allen Situationen an, dass wir sicher sind, dass es immer so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Okay, also man merkt jetzt schon, er bremst einmal, um mich wach zu rütteln. Gut strafft. Länger habe ich nichts gemacht. Jetzt nochmal. Okay, jetzt stehen wir vollends. Warnblinkanlage ist an. Und er hupt, um andere zu warnen. Genau, aber das Licht geht auch noch an. Ah ja, okay. Okay, die Türen sind offen. Jemand von draußen könnte auch kommen und dir jetzt helfen. Und durch das Hupen haben es vielleicht auch andere Leute gemerkt, die dir dann zur Hilfe kommen. Okay, wir fahren aber lieber wieder los, weil sonst würde jetzt noch ein Notruf abgesetzt werden in die Leitstelle. Das wollen wir nicht. Wir testen das Ganze, ja? Das ist auf jeden Fall schon verrückt. Bis wie viel kmh funktioniert das System? Die ID's fahren ja bis 160 oder im GTX auch 180. Und du kannst das aus dem Travelisys auch bei 180 auslösen auf der Autobahn. Entsprechend länger dauert es dann halt mit der Bremsung, bis du zum Stehen kommst. Aber das funktioniert auch. Ich fühle mich sicher. Aber der Gurt, ey, das ist schon echt, das drückt ganz schön auf den Brustkorb. Wie fühlen sich Frauen da wohl? Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Weiter geht es mit dem Front Assist. Grundsätzlich kein neues Thema bei Volkswagen, jedoch schon einige Jahre im Bestand und deswegen auch kontinuierlich weiterentwickelt. Es gibt immer wieder neue Funktionen und die möchten wir auch heute testen. Unter anderem zum Beispiel den Abbiegeassistenten. Dafür haben wir einen Experten aus dem Entwicklungsteam bei uns und das ist Torben. Nein, nicht der hier auf dem Fahrrad, sondern der ist wirklich echt und lebendig, oder? Torben, komm mal rüber. Hallo. Servus, hi. Du hast also mitgewirkt beim Front Assist und den ganzen neuen System, die es da gibt. Ist das gar nicht so leicht, oder? Das ist absolut nicht leicht, ein sehr komplexes System, weil diverse Komponenten miteinander zusammenspielen müssen. Wir haben zu einem eine Kamera, die eine Bildverarbeitung macht. Wir haben einen Radar, der Objekte wahrnimmt. Das wird fusioniert. Und wenn wir dann tatsächlich in eine Bremsung kommen, dann müssen wir auch diverse Systeme eben regeln und ansteuern. Wie zum Beispiel natürlich die Bremse, aber auch das ganze HMI. Okay, und Objekte? Du sagst, Objekte ist ja nicht nur Auto, ist nicht nur Fußgänger, sondern dann gibt es auch noch andere Dinge, die so ein System erkennen muss, oder? Richtig, wir reagieren auf Fußgänger, auf Radfahrer, auf Fahrzeuge, Motorräder, also alles, was man so im Straßenverkehr findet, darauf reagieren wir und funktioniert sehr gut. Einen Teil davon probieren wir jetzt aus und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Sehr gerne. Okay, Torben, da vorne haben wir jetzt unser Hindernis, ein Auto, was zumindest so aussehen soll. Ja, wir testen jetzt den Front Assist. Was hat es damit genau auf sich? Ja, also wir haben, das ist jetzt ein Notbremsassistent, wir fahren da jetzt mit ungefähr 50 kmh drauf und dann kommen wir gleich in eine Warnkaskade. Wir sehen, dass das Auto piept, jetzt gibt es ein Ruck und jetzt die Notbremsung. Spürbar. Spürbare Notbremsung und ja, das Front Assist-System muss da natürlich mehrere Dinge gleichzeitig machen. Zunächst einmal auf jeden Fall das Target erkennen, das funktioniert bei uns über ein Fusionssystem aus Kamera und Radar. Und dann natürlich die Bremse ansteuern, das HMI ansteuern und später, wenn wir dann nochmal eine Ausweichunterstützung fahren, dann auch nochmal die Lenkung. Okay. Also da passieren mehrere Dinge dann in kurzer Zeit hintereinander, die wir steuern. Mit HMI, für alle, die es nicht wissen, meinst du natürlich unser Interface hier vorne, unseren Tacho und das System. Richtig, das iID, wir zeigen da dann unser Front Assist-Symbol an, damit der Fahrer gewarnt ist. Wir steuern den Warnton an, damit der Fahrer das auch hört. Und hier in diesem Modell haben wir dann auch das iID-Light, das Smart Light vorne, was dann auch nochmal aufleuchtet. Wie lange gibt es einen Front Assist schon? Ist jetzt schon einige Jahre auf dem Markt. Den gibt es schon einige Jahre. Der in den City-Notbremsen, den gab es schon im Up, der ist bestimmt schon zehn Jahre alt. Jetzt denkt man ja, gut, passt. Gab es damals schon. Was soll denn heute jetzt anders sein, zehn Jahre später? Ist jetzt natürlich eine rhetorische Frage, aber hat sich einiges verändert, oder? Zehn Jahre später hat sich natürlich viel verändert. Wir können höhere Geschwindigkeiten fahren. Wir erkennen auch viel mehr Objekte. Also wir bremsen nicht nur auf Autos, sondern auch auf Fahrradfahrer oder Radfahrer in verschiedenen Bewegungsformen. Wir haben, wie gesagt, die Ausweichunterstützung dabei und auch einen Abbiegerassistenten. Der Front Assist hilft im Notfall aber nicht nur bei statischen Hindernissen, sondern auch bei sich Bewegenden. Nähert sich der Fahrer etwa einem langsam vorausfahrenden Fahrzeug, so bremst der Notbremsassistent auf Relativgeschwindigkeit ab. Jetzt ist aber Auto nicht gleich Radfahrer, nicht gleich Personen. Also da gibt es schon Unterschiede. Man denkt, wenn er jetzt auf dem Auto drauf fährt und er bremst, dann ist das ja kein Thema. Das muss man alles auch erstmal so in das System einpflegen, dass es weiß, was passiert, oder? Genau, ein Fahrzeug reflektiert natürlich ganz anders als ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger. Und das ist für das System schon eine Herausforderung, einen Fußgänger zu erkennen. Und dann auch in den verschiedenen Bewegungsformen ist natürlich was anderes, wenn wir hinter einem Fußgänger bremsen, als wenn er von der Seite dann ins Bild tritt im letzten Moment. Okay, also ist es nicht einfach so, man hat ein Hindernis und das System erkennt auch Hindernis, sondern es ist tatsächlich so, das System erkennt sogar, um was es sich genau handelt. Genau, wir klassifizieren die Objekte und wissen dann, um was es sich handelt und bremsen dann entsprechend da drauf. Der Frontassist kann zudem Fußgänger in diversen Bewegungsformen erkennen und im Falle aller Fälle Leben retten. Außerdem kann die Ausweichunterstützung dabei helfen, das Fahrzeug in kritischen Fahrsituationen um ein Hindernis zu lenken. Die bremst einzelne Räder ab und korrigiert den Lenkeinschlag, solange man aktiv lenkt. Gibt es da irgendwas in Zukunft, was da noch verbessert werden könnte? Fällt mir persönlich gerade nichts ein. Ich meine, Wildschweine oder was soll da kommen? Ja, na klar. Also die Entwicklung geht da weiter. Verschiedene Bewegungsformen werden noch kommen, zum Beispiel entgegenkommender Verkehr oder vielleicht auch Fußgänger, die über die Kreuzen laufen und wir abbiegen. Solche Sachen sind geplant und befinden sich zum Teil in der Entwicklung. Wir kriegen natürlich auch immer mehr Anforderungen, sei es NCAP. Die fordern da entsprechend mehr höhere Geschwindigkeiten. Und das versuchen wir natürlich dann auch immer so umzusetzen, dass wir da die fünf Sterne erreichen. Und jetzt neuerdings gibt es auch im Pkw-Sektor gesetzliche Anforderungen, die wir einhalten müssen. Okay. Wir sind zwar auch im Pkw-Sektor, haben aber jetzt einen Radfahrer vor uns. Der wird jetzt gleich losfahren, ne? Also wir fahren mit 50 auf den Radfahrer los, er fährt mit 15. Genau. Okay. Und das System reagiert auch so, dass er abbremst. Bis zum Stillstand, oder? Nee, bis zum Stillstand nicht. Wir werden auf eine Relativgeschwindigkeit von null bremsen, also wir werden am Ende 15 kmh fahren. Und das ohne Kollision, also hinter dem Radfahrer. Okay, das probieren wir jetzt mal, würde ich sagen. Na dann los. Vor uns schon der Radfahrer, den ich sehen kann. Und Relativgeschwindigkeit. Ja. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, er fährt drauf. Aber das war knapp, aber kein Kontakt. Und er zeigt es mir hier vorne sogar an, dass es ein Radfahrer ist. Richtig, genau. Von innen sieht das immer so aus, als würde man wirklich ganz knapp dahinter stehen. Aber von außen wird man sehen, da ist dann noch ungefähr ein halber Meter Platz. Ja, das sieht natürlich von innen deutlich, deutlich enger aus. Richtig. Genau. Wir versuchen natürlich so spät wie möglich zu bremsen, damit wir keine unberechtigten Auslösungen haben. Aber es ist dann immer der schmale Grad zwischen, wie robust sind wir und der Performance. Und nicht nur das, wir haben Fußgänger, was wir probieren und Abbiegeassistent. Für mich ein persönliches Highlight, weil das ist echt, also da passieren echt viele Unfälle, wenn man da mal nicht aufpasst. Und auch das können die neuen VW-Modelle verhindern, solche Unfälle. Das zeigen wir jetzt auch gleich mal. Gerne. Würde ich sagen, mal Film ab. Das Horrorszenario eines jeden Autofahrers ist sicherlich folgende Situation. Man möchte links abbiegen, übersieht aber das entgegenkommende Fahrzeug. Gut, dass der Abbiegeassistent einschreitet. Voraussetzungen zur Aktivierung sind das Setzen des Blinkers, sowie eine Geschwindigkeit von maximal 20 kmh. Eins ist mir besonders aufgefallen den ganzen Tag über. Egal bei welchem Assistenzsystem, der Gurt, der hat ganz schön festgezogen. Und das hat natürlich auch seinen Grund. Das nennt sich proaktiver Insassenschutz. Und dafür haben wir einen Experten bei uns. Natürlich wieder einmal René. Du kennst dich bestens aus, oder? Und du hast uns, glaube ich, auch was mitgebracht. Ja, was ist denn das? Das ist der reversible Gurtstracker. Dieses Teil sorgt dafür, dass du den ganzen Tag bestmöglich mit dem Auto verbunden worden bist. Du und der Gurt, ihr seid eine Einheit geworden. Durch diesen Elektromotor, der hier dran sitzt, mit Getriebe, der reversibel ist und dich in kritischen Situationen einfach unterstützt. Kritische Situationen. Du hast vorhin schon mal angeschnitten, was wir jetzt gleich mal ausprobieren werden. Das bedeutet, dass dieser Gurt oder dieses Aggregat, da denkt man gar nicht drüber nach, man schnallt sich halt an und gut ist, dass das aber dafür sorgt, dass man fest mit dem Sitz verbunden ist in Gefahrensituationen. In Gefahrensituationen, genau. Das möchte ich jetzt mal nochmal erfahren. Ich habe es vorhin so am Rande mitbekommen. Da ging es ja um andere Assistenzsysteme. Jetzt geht es aber darum. Und jetzt gucken wir mal, was genau passiert, weil das ist nicht das Einzige beim proaktiven Insassenschutz. Genauso. Okay, ja, packen wir es an. René, jetzt sitzen wir endlich im Auto. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Proaktiver Insassenschutz. Ja. Was ganz Besonderes, oder? Selbstverständlich. Wir sind eine präventive Insassenschutzfunktion und wir versuchen, dich bestmöglich auf die bevorstehende Situation vorzuweisen. Das heißt, wir werden gleich kritisch fahren, und wenn es kritisch wird, greifen wir ein. Okay. Wie greifen wir ein? Willst du das erleben? Ich glaube, ich habe es heute schon ein paar Mal. Okay. Lasst euch überraschen, wir kommen gleich dazu, was gemeint ist. Also fahren wir jetzt erstmal. Ich versuche jetzt mal kritisch, querdynamisch zu fahren. Ja. Ja, versuch abzubiegen. So, war das kritisch genug? Für mich klang es kritisch. Hat sich kritisch angefühlt. Wenn ich in den Rückspiegel schaue, ja, es war kritisch. Leben alle noch? Alle gut? Ja. Gut. Genau. Also Tote gibt es nicht, und das ist gut schon mal. Was haben wir gespürt? Ja, der Gurt auf jeden Fall hat richtig, also stark angezogen. Ja. Das ist, glaube ich, ein Teil davon. Das ist ein Teil davon, genau. Und, ich glaube, die Scheibe ist hochgefahren. Die Scheibe ist hochgefahren, genau. Gut gemerkt. Aber das ist ein Spalt noch. Da ist noch ein Spalt, genau. Das ist der Restspalt. Wir nennen es Restspalt. Den fahren wir an, um, falls es jetzt zu einem Crash gekommen würde, in einem weiteren Szenario, wir wissen nicht, wie die Situation ausgeht, zu dem Zeitpunkt, um schon vorbereitet zu sein, wenn die Airbags gezündet worden sind, um hinterher die Airbag-Gase zu entlüften. Okay. Genau. Ich habe das bei den ganzen anderen Assistenzsystemen auch schon gemerkt. Emergency Assist zum Beispiel. Beim Front Assist, wo wir ja jetzt mit Radfahrer, Fußgänger etc. Ganz genau. Ausprobiert haben. Da ist das auch passiert. Und das, was bringt es im Falle eines Falles? Im Falle eines Falles ist die komplette Gurtlose, die in dem Gurt sonst eigentlich im System vorhanden wäre, zum Beispiel ich mit meiner Jacke, die ist komplett entfernt. Und du bist schon mal optimal im Sitz, positioniert, im Rahmen dessen, was möglich ist natürlich. Okay. Das heißt also, ich kann hier nicht... Und auch in diversen Schleuder-Szenarien, stell dir vor, du schleudern immer weiter, der Gurt würde dich immer weiter versuchen einzuziehen und in deinen Bewegungsführer um einnennen. Das heißt also, wenn was passiert, habe ich deutlich weniger Gefahr, eine schwere Verletzung zu erleiden, oder? Genau. Und deine Einsatz- und Schutzsysteme, zum Beispiel die Airbags, die noch gezündet werden, können sich viel besser entfalten. Okay. Das greift aber nicht nur quer-dynamisch, sondern auch längs-dynamisch. Das probieren wir jetzt auch nochmal. Das will ich jetzt auch nochmal ausprobieren. So, dafür haben wir ja das schöne Szenario einer Kreuzung. Genau. Also längs-dynamisch, das heißt ich fahre und angenommen jetzt von rechts kommt einer und ich drücke voll drauf. Es ist nichts passiert. Aber der Gurt hat mich in meiner Vorfalllage natürlich deutlich gehindert. Dann gibt es aber noch was Drittes. Genau. Und zwar darf man nicht nachmachen eigentlich, wenn wir jetzt den Notbremsassistenten ausmachen oder er ist aus, aus irgendeinem Grund. Kann ja passieren. Und wir fahren auf ein Hindernis drauf zu, dann bremst das System nicht, weil es ja aus ist. Und dann? Funktioniert es dann trotzdem oder nicht? Naja, wir sind ein Insatz- und Schutzsystem. Und wir sind ein vernetztes Insatz- und Schutzsystem. Und genau für den Fall, den du beschrieben hast, jemand hat den Frontassisten aktiv ausgemacht. Für eine Sondersituation möglich. Aber wir wissen ja, dass wir crashen. Dann ist es doch eigentlich schlau, wenn wir dich trotzdem drauf vorbereiten, oder? Okay. Unangenehm, auf was zuzufahren, nicht bremsen zu dürfen. Aber okay, wir probieren es. Machen wir erstmal hier das Ganze aus. So, zack. Bist du sicher? Gut. Ja. Wollen wir es probieren? Ja, wir probieren es. Ich bin mir sicher. So, wie schnell darf ich fahren? Boah, ich würde dir mal so knapp über 20 empfehlen. Wir wollen das Auto ja nicht kaputt machen. Okay. Das ist schon komisch. Okay. Ups. Echt verrückt. Also er merkt schon, okay, jetzt crasht es auf jeden Fall. Jetzt passiert es. Und dann zieht er ran. Genau. In letzter Konsequenz straffen wir die Gurt einfach durch. Wir wissen, dass wir crashen und wir wollen sich natürlich bestmöglich auf diesen Crash vorbereiten. Und das ist, wir nehmen alles raus, was geht. Okay. Und bereiten sich damit vor. Okay. Welche Modelle haben das? Unsere MEB-Familie hat das. Wir sind aber auch im MQB drin. Wir sind sogar bis in die A0-Klasse, bis in den Podoro. Okay. Also eigentlich fast jedes Auto, vor allem jedes neue Auto. Wir sind Volumenhersteller und wir demokratisieren die Sicherheit. Das ist schön. Hast du schön gesagt. Damit wollen wir es mal stehen lassen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, wieder ein neues Video von GuteFahrTV. Diesmal waren es die Assistenzen bei Volkswagen. Ciao. Tschüss. Am Ende ermöglichen Assistenzsysteme eine derart wichtige Interaktion zwischen Fahrer, Fahrzeug und Fahrumgebung, dass Unfälle verhindert, Unfallfolgen gemindert und Leben gerettet werden können. Und außerdem, sollte autonomes Fahren tatsächlich irgendwann zum Verkehrsalltag gehören, ist es doch umso beruhigender zu wissen, dass man sich auf die elektrischen Helferlein verlassen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.